Spieglein, Spieglein an der Wand, warum ist das Leben so unfair in diesem Land? Ich verspüre Zweifel und Zweifel verschaffen dem Wurm Raum, in den Apfel zu kriechen. Folge mir. Folge mir. Was? Du armes Ding, erzähle mir von deinen Schwierigkeiten. Ich rede nicht mit ihnen. Oh, Apfel, wir haben so viel mehr gemeinsam, als du vielleicht glaubst. Was, was wollen sie denn? Na, dasselbe, was du willst. Ich glaube, ich könnte dir helfen. Ich kann die Dinge wieder zurechtrücken, wie in den guten alten Zeiten. Ich kann Raven wieder auf den Pfad des Bösen bringen, damit du dein Glücklich-bis ans Lebensende bekommst. Aber das gelingt mir nicht, solange ich hier drin festsitze. Selbst wenn ich ihnen vertrauen würde, ich darf sie nicht aus dem Spiegel holen. Das wäre falsch. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, du wärst vielleicht auch wie deine Mutter. Als ihre Zeit kam, nahm deine Mutter ihr Märchenschicksal an. Sie tat, was man von ihr erwartet hat. Ich habe auch keine Angst. Und ich werde tun, was man von mir erwartet. Und ich bin wie meine Mutter. Und mein Schicksal gehört mir. Ja! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017